Ich lade dich ein, eine kleine Morgenroutine einzuführen, damit du dich über den Tag besser schützen kannst. Es geht darum, dass du dich mehr in dir selbst wahrnimmst und mit dir selbst auch verbindest. Und dazu, jetzt wenn du magst, schauen wir uns an, wo die Grenzen heute rechts sind. Und wo sind meine Grenzen genau, von meinem Körper und wo sind auch die energetischen Grenzen. Und dann langsam schauen wir uns das auch auf der linken Seite an. Wie fühlt sich das an? Spürst du etwas in deinem Körper? Spürst du diese Grenzen, die Außengrenzen deines Körpers? Aber vielleicht spürst du heute auch gar nichts. Und auch das ist in Ordnung. Denn du hast Zeit dafür genommen und damit schulst du deine Körperwahrnehmung. Und du kannst dich auch mit der Zeit immer schneller und einfacher mit dir selbst verbinden. Wenn du möchtest, abschließend kannst du diese ganz kurze Übung damit beenden, dass du deine Hände zusammenreibst, bis eine wohlige Wärme entsteht. Und deine Hände auf deine Augen legst, die für Atemzüge nehmen, bis zum Zweigfell, wenn du magst. Und deine Hände kannst du noch zu deinem Herzen bringen, damit du spürst, dass es schlägt und dass dein Herz für dich da ist. Und dieses Gefühl kannst du für dich abspeichern und für den Tag mitnehmen. Ein gutes Gelingen und wenn du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Namaste Und das ist ein gutes Gelingen und das ist ein gutes Gelingen. Und das ist ein gutes Gelingen und das ist ein gutes Gelingen.